Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin-Update-Video. Ja, es ist wieder an der Zeit, es geht jetzt wieder los. Wir machen Altcoin-Update-Videos, vor allem in der jetzigen Phase kann es sich wirklich lohnen, wieder sich die Altcoins ein bisschen anzugucken, vor allem mit möglichen Kaufzonen, andererseits aber auch natürlich, um einen guten DCA zu betreiben. Deswegen schauen wir uns heute Polkadot an, war auch einer der meistgesehenen Wünsche. Wundert mich eigentlich, weil es relativ ruhig geworden ist, um Polkadot. Polkadot, aber auch ich habe diesen im Portfolio, deswegen habe ich mir gedacht, okay, starten wir damit. Ich habe heute früh im Bitcoin-Video Chainlink und Matic schon mal vorgestellt. Jetzt geht es weiter mit Polkadot. Das werden wir uns auf jeden Fall angucken, was so meine langfristige Prognose ist. Werden wir uns natürlich auch angucken und wo natürlich wir nachkaufen können. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoilen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos in der Videobeschreibung. Außerdem lege ich euch gerne auch meine Altcoin-Playlist auf YouTube ans Herz. Dort sind alle Coins, die ich auch im Portfolio habe, die wir auch schon mal angesprochen haben, drinnen. Da werden auch weiterhin alle Altcoin-Videos gespeichert. Alle, die wir jetzt angucken, sind in dieser Playlist drin, auch wo wir früher schon nachgekauft haben. Also guckt euch die bitte an. Ich lege euch die wirklich nur ans Herz. Die haben wir damals im Bärenmarkt gemacht. Ihr seht, die Videos sind teilweise 1, 2 Jahre alt. Und an solchen Kaufzonen sind wir jetzt wieder da. Also ich lege es euch nur ans Herz. Was ihr macht, ist euer Ding. Aber diese Videos sind immer noch sehr, sehr aktuell. So, jetzt aber rein. Momentan traden wir bei 5,35 Dollar bei Polkadot. Wir hatten unser Hoch jetzt in der derzeitigen Phase bei knapp 11,80 Dollar mittlerweile erreicht. Und jetzt sehen wir, okay, es ging jetzt ordentlich nach unten. Und jetzt heute Nacht hatten wir einen kurzen Abverkauf in Richtung unter 5 Dollar sogar. Mittlerweile wurde es wieder aufgekauft von knapp 8 Prozent. Gefällt mir alles nicht wirklich gut. Vor allem, weil wir übergeordnet hier auch ein mögliches Head-and-Shoulders-Chart-Pattern haben, wo auch natürlich schon der Retest stattgefunden hat. Das sehen wir hier an dieser Linie. Oder wenn wir hier die Linie ziehen würden, hätten wir hier diesen Retest. Und dieser hat jetzt eben stattgefunden. Also grundsätzlich bearisches Zeichen, auch mit technischem Preisziel, können wir uns auch mal ganz kurz angucken. Auch wenn ich das für ein bisschen übertrieben finde, sollten wir hier die Neckline erreichen, würden wir hier nochmal in Richtung 3,55 Dollar kommen. Und damit würden wir dann auch diesen Zeitpunkt kaufen, den wir damals hier schon in den Altcoin-Videos damals auch besprochen haben. Also hier dieses Polkadot-Video, da haben wir damals eben gekauft in dieser Zone. Und ihr seht da unten schon die 50. Das ist ein weiterer 50-prozentiger Nachkauf. Warum 50 Prozent? Ihr wisst, normalerweise, wenn ein Altcoin 100 Prozent pumpt, zumindest ist es bei mir so, werde ich immer meinen Einsatz rausziehen und abwarten und dann nochmal nachkaufen. Und diese Kaufzonen wurden jetzt Nummer 1 hier schon getriggert. Also das heißt hier zwischen 5,32 Dollar und 5,64 Dollar rum. Das war die erste kleine Kaufzone, also genau da, wo wir eben jetzt sind. Erste kleinere Positionen nachzukaufen. Der zweite Punkt ist dann auf jeden Fall hier unten ab 4 Dollar bis runter auf 3,55 Dollar circa. Das ist die riesige Kaufzone, die ich gerne nochmal sehen würde. Ob sie kommt, wird sich in den nächsten Wochen, möglicherweise auch Monaten, dann nochmal zeigen. Aber diese Kurse hier, alles zwischen, sage ich mal, 5,55 Dollar und 3,55 Dollar sind meiner Meinung nach gute Kaufkurse, zumindest um DCA zu betreiben. Niemals all in, aber um DCA zu betreiben, ihr müsst damit rechnen, ein 33 Prozent Dump ist auf jeden Fall nochmal drin. Vor allem war ich bei Bitcoin, ich habe es heute Mittag schon im XRP Update Video gesagt, vor allem war ich bei Bitcoin nochmal davon ausgehe, 40, 44K sind auf jeden Fall nochmal drin. Auch das würde nochmal 20 bis 30 Prozent Korrektur bedeuten. Deswegen müsst ihr das auch bei den Altcoins nochmal einplanen. Wir würden dann dadurch natürlich, sollte das wirklich dann so passieren, einen riesigen doppelten Boden dann auf gesamtmarktlicher Sicht dann irgendwann mal sehen, sollten wir hier runterkommen. Und das wäre dann auch im Endeffekt der Startschuss für einen möglichen Bullrun. Und dann auch eine Altcoin Season. Das Problem eben war, wir hatten keine richtige Altcoin Season. Die Altcoins wurden mitgezogen von Bitcoin, eine richtige Season, dass wir hier explodiert sind. Letzter Bullrun, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, da haben die Altcoins teilweise mal 30, 40 Prozent am Tag gepumpt. Und das hatten wir nicht. Wir sind hier auch schon auf dem Daily Charten, da seht ihr, es waren immer kleinere Pumps, natürlich aufgrund auf Bitcoin mit aufgezogen. Deswegen Altcoin Season, sie wird irgendwann kommen, wahrscheinlich. Aber nicht, dass wir sie schon hatten. Also da wäre ich extrem vorsichtig. So, was ist denn so mein bullischstes Preisziel? Also erst einmal muss man natürlich dazu sagen, ich werde trotzdem an meiner Strategie nichts ändern. Das heißt, sobald ein Altcoin 100 Prozent pumpt, werde ich meinen Einsatz rausnehmen und lasse es weiterhin liegen oder werde dann wieder gegebenenfalls dann bei einem neuen Dump nochmal nachkaufen. Das hat sich bisher bewiesen, weil wir wirklich aus fast allen Altcoins mit nur noch Einsatz drin sind oder teilweise sogar mehr Profite genommen haben. Deswegen alles gut. Wir haben Kapital auf jeden Fall beiseite. Und ich bleibe weiterhin dabei. Bin da vielleicht ein bisschen pessimistischer, aber technisches Preisziel, wir ziehen uns das FIP-Level von unserem All-Time-High bis zu unserem derzeitigen All-Time-Low. Wir wissen nicht, ob wir noch ein tieferes Tief kriegen. Und bleibt dabei, dass ich hier oben diese Verkaufszone bei 35 US-Dollar bis 36 US-Dollar, das wäre das FIP-Level, das Golden Pocket von unserem, sag ich mal, letzten Bullrun bis zu unserem Tief, dass ich da den größten Teil verkaufen werde wahrscheinlich. Warum? Das FIP-Level bzw. das Golden Pocket ist immer so dieser Punkt, wo viel Profite genommen wird, wo vor allem auch viel Widerstand herrscht. Und wenn man mal jetzt überlegt, wir kriegen jetzt hier einfach mal nur so ein Durchschnittsentry von 4,70 Dollar bis hier hoch, wären das 700 Prozent. Sollte ausreichend 5 bis 10x bei einem Altcoin, der schon länger besteht, ist das schon echt hoch angesetzt. Aber ich nehme lieber niedrigere Preisprognosen und lasse mich dann positiv überraschen, als jetzt schon zu sagen, wir gehen Richtung 86 oder sogar 137 Dollar. Das ist für YouTube, bringt es Klicks, klar, aber es ist absolut hirnrissig meiner Meinung nach. Es soll euch nicht irgendwelche Hoffnungen machen, dass ich jetzt sage, ey, wir kaufen jetzt hier unten ein bei 4,60 Dollar und wir gehen safe in Richtung 133 Dollar, auch wenn es 3.000 Prozent fast sind. Leute, das ist übertrieben. Nehmt immer wieder Profite, es bringt nichts, dann extrem darauf zu warten, ja, wir gehen noch höher, noch höher, noch höher. Das bringt nichts. Ihr habt jetzt echt schon gute Einstiegskurse, das muss man fairerweise dazu sagen. Oder habt nochmal die Chance, wie hier vor knapp einem Jahr oder sogar noch länger hier, 2. Januar 23. Also nehmt sowas mit, nutzt es als DCA und achtet aber auch mal ein bisschen darauf, dass ihr euch nicht dann in FOMO verleiten lasst von irgendwelchen anderen YouTubern oder sonst was. Macht es alles mit Bedacht. Gehen wir noch kurz in die kleineren Timeframes rein. Da halte ich mich momentan, das habe ich auch bei XRP gesagt, halte ich mich momentan ein bisschen fern. Sollten wir hier runterkommen bei 4 Dollar oder 3,50 Dollar, dann werde ich mir sehr, sehr wahrscheinlich noch mal eine Position aufbauen. Vor allem, weil wir hier unten, das seht ihr hier drüben, ah ne, ihr seht es gerade nicht, warte. So, jetzt hier diesen Wig, den wir hier unten noch haben bei knapp 4,46 Dollar. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir hier die erste Long-Position aufbauen. Warum? Da liegt viel Liquidität. Wir haben einen größeren Dock, den es hier noch zu füllen gibt. Wir können uns das auch mal prozentual ganz kurz angucken. Der wurde knapp 10 Prozent. Also, da liegt noch sehr, sehr viel und vielleicht auch sogar noch ein paar Long-Positionen, die abgeholt werden könnten. Und das könnten wir uns dann überlegen, hier die erste Long-Position aufzubauen. Eine längerfristige. Wären zwar immer noch 20 Prozent nach unten, aber man kann hier leicht DCI rein averagen. Ja. Gerne mal eure Meinung dazu sagen, was ihr von Polkadot haltet. Haltet ihr es schon im Portfolio, habt ihr nachgekauft? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Würde ich mich freuen, auch um den Algo ein bisschen zu pushen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Altcoin-Update-Video wieder. Es kommen jetzt jeden Tag mal ein, zwei wahrscheinlich Videos raus, um euch hier mögliche Einstiege dann auch zu nennen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns zum nächsten Mal wieder. Wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.